Willkommen zurück zu Slime Ranger, meine Freunde, ich bin der Elferobo und hey, merkt ihr was, da oben fehlt dieses Early Access im Bild, genau, den Slime Ranger gibt es jetzt als Vollversion und glücklicherweise können wir hier unser Spielstand noch weiterführen, sodass ich euch jetzt noch alle Neuerungen zeigen kann. Die es jetzt das Update mit sich gebracht haben, falls es überhaupt Neuerungen gibt, ich weiß es nicht, so also hier Upgrades haben wir schon mal keine mehr, ok, schade, hätte man ja machen können, so, wo kriegt ihr denn, ihr habt das, ihr habt die Karotten, ok, äh, hier gibt es doch sehr viel Plot, das ich vielleicht mal einsammeln sollten lassen, was ist das denn da? Was ist das denn für eine Anzeige, ich weiß es nicht, so, irgendwie sind die weniger geworden, habe ich das Gefühl, ich habe eine E-Mail bekommen, ok, dann müssen wir trotzdem weiter einsaugen, so, wo sind meine ganzen, äh, Mieze denn? Das verstehe ich gar nicht, äh, da sind nochmal rausgekommen, guck mal her, so, ok, guck mal nochmal, was wir für eine E-Mail bekommen haben, an dem wir unseren Platt, das wir hier verkauft haben. Ja, wir haben Geld, so, ok, hier waren, glaub ich, hier kommt man, glaub ich, sind E-Mails ablesen, oder? Start E-Mail, ok, raus aus den Federn. Cassidy, hi Bea, äh, wie, wie ist es, äh, ein ganzes Jahr lang zu schlafen, hast du geträumt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sich anfühlt. Äh, Seven, zieh, steck dich, äh, in eine Kapsel und dann gehen wir, gehen, gehen für alle diese Licht, Lichter aus, wow. Äh, dieses, wow, 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 wahrscheinlich, äh, die Frage, schätzliche, okay, was haben wir hier noch? Ja, wir würden gerne eine spezielle Angebahn einladen, der erst aus Exxonwisten, glaube ich, besonders aus der Wette Batsch, äh, äh, Exxonwisten, Ultra Primo-Ränge innerhalb der Exxonwisten-Clubs. Young, vielleicht, äh, okay, hallo? Okay, was heißt jetzt, was? Belohnungsklub. Äh, oh, glaube ich, Wetterfahne. Okay, kaufen wir mal. Äh, Zaun Upgrade, okay, machen wir mal. Fahrt Upgrade, machen wir mal. Median Upgrade, okay. Koma Station, machen wir mal. Bogen Upgrade, okay. Okay. Sam Spielzeuglein, oh. Okay, da können wir nicht gut Geld für, schade. Start E-Mail, äh. Ne. Hier, äh, bestieh, ne. Koma Paket, okay. Geh mal raus. Die haben sich jetzt geändert, oder was? Wir müssen löschen die jetzt. Ja, sieht anders aus. Okay. Sieht alles... Cooler aus. Okay, Hilfe. Ah, cool. Okay, hat sich hier was verändert? Schauen wir mal. Hier ist immer noch explosiv, wie immer. Aua. Äh. Die haben auch noch zu essen, okay. So. Ich glaube, das ist einfach nur eine Form von normalen, mehr Geld ausgeben. Kann das sein? Ich glaube, ja. Hier ist eine Frucht, wow. Die sind auch noch am Arbeiten, okay. Äh, ja, hier. Zack, kriegt ihr die mal. Wir müssen ein bisschen Abstand halten, weil sonst werden wir radioaktiv. Das wollen wir ja nicht werden. Ich bin nicht radioaktiv. Okay, jetzt schon... Warte mal, ging es hier schon immer weiter? Ja, doch, ging es mal nicht. Ja, wir müssen uns unbedingt mal die neuen Gebiete ansehen. Gucken wir mal. Oh, hier ist also... Plots. Die müssen auch mal irgendwie füttern. Jetzt muss keiner... Der Plots war ja das, was sie produziert haben. Die Kacka. Von denen sind ja Plots. So, hier seid ihr am Produzieren. Wunderbar. Ich passe euch mal hier rein. So. Ich habe so einen Slime auf meinem Haus gemalt bekommen. Okay, so. Wir gehen mal hier hin. Können wir eigentlich auch noch was machen? Hm, das war nur eine Anleitung. Okay. So, was habt ihr denn hier? Die finde ich ganz cool. Die sind ja überall angeblich. So, ihr habt nicht Platz essen. Dann hauen wir euch mal hier ein bisschen was rein. Ich habe wahrscheinlich auch nichts Platz essen, oder? Ja. Ja, dann gebe ich auch nichts Platz essen. So, dann schauen wir mal hier. So. Äh, ein bisschen Modusschleim hier. Okay, dann gehen wir hier. Da kommt anscheinend nichts Neues mal raus. Schade. So, ihr habt auch nichts mehr zu essen. Oh, doch. Ihr habt aber noch gut im Gehege. Sehe ich gerade. Honigblatt, 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 was haben wir hier? Ach, die Jägerslims, genau. Die können wir leider nicht mehr erfüllen, weil wir haben keine Sachen mehr. Hier kann ich auch noch jede Menge Geld reinstecken, genau. Aber, nee. Das habe ich mir gedacht, damals brauche ich nicht. Da haben wir noch jede Menge Platz, die noch drin. Viele Sachen, die wir noch gar nicht benutzt haben, okay. Und hier könnten wir jetzt Sachen noch herstellen. Ach, meine Güte. Ach, guck mal. Dann geht mal her, das zeigt, was ihr hier gerade gekackt habt. Schlimmelt gerne mit. Klingt mehr Geld ein, ne? So, mit diesem Geld können wir dann unsere Farm weiter upgraden. Also, die größte Neuerung ist das Farm-Upgrade hier. Könnte man meinen. Gut, so. Dann schauen wir mal ins Jürgen, weil hier habe ich auch noch etwas angebaut gehabt, ne? Ich weiß doch gar nicht mehr, wo wir wo hinkommen, ey. Oh. Der? Was macht der denn, äh. Ah, hier haben wir noch jede Menge Zeit. Okay, stimmt. Hier gab es ja jede Menge Hütchen. Stimmt, ja. Schön an mich. Ah, notfalls verfüttern wir als Hütchen. Da kommt noch ein paar Karotten. Ist doch schön. Ah, hier haben wir ein Teleport. Oh. Das ist neu. The Dogs Unlock kostet 5000. Okay. Die Dogs will ich auf jeden Fall anlocken. Sieht interessant aus. Und hier haben wir noch Pläne. Hier sind wir mal die Hühner rein. Hilfe. Da sind neue Hühner gekommen. Kommt her. Hä? Er hat jetzt eingesaugt. Los. Hilfe, hier werden Hühner gekackt. Sitze da einfach so plötzlich zack werden Hühner vor dir gekackt, ey. Ist doch gut. Was haben wir hier? Haben die Früchte, okay. Komm her. Hier werden schon noch mehr Hühner. Wie da überall. Alter, sind hier viele Hühner. Sehr viele Früchte. Machen wir jetzt Ruhe. Ruhe im Gerichtssaal. Gut, hier haben wir dann ein paar Hühner drin. Die ballern wir einfach mal hier rein, also. Da können die da ein bisschen schnattern. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Denn unsere Slimes brauchen wir. Happa, happa. Denn sonst meckern die. So, ihr habt noch jede Menge. Ihr habt nichts mehr. Das ist das Problem. Ich habe momentan so ein bisschen eine Lebensmittelkrise, glaube ich. So, dann müssen wir euch mal hier einsaugen. So, sehr schön. Hier haben wir auch wieder ein neues Zeug drin, okay. So, her damit. So, hier haben wir auch wieder ein neues Zeug. Aber gut. Dann lassen wir es mal Zeug sein. Dann gehen wir es mal, weil wir es mal verkaufen. Erstmal verkaufen wir. So, dann können wir mich jetzt nochmal hier eben einsammeln gehen. Hatte ich den ja eingesammelt gehabt? Ja, hatte ich, okay. So, und zack. So. Gut, dann sollte ich vielleicht meine Slimes regulieren. Die Menge der Slimes. Dafür sollte ich das mal machen, weil wenn ich mit dem Futter hinterher komme. Weil sonst laufe ich euch die ganze Zeit nur hin und her auf Futter geben. Das will ich auch nicht. So, ihr habt noch. Ihr braucht noch. Und so. So. Zum Glück habe ich euch mit pinken Slimes gekreuzt, weil so kann ich euch nicht alles geben. Das ist das Schöne. Und so, dann bleibt ja auch bestimmt einiges hier. Warte. Oh, ein bisschen was hattet ihr. Immerhin. So. Und so. Und so. Alles hier mitnehmen. So. Zack. Gut, dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Äh, weil ich, wir gehen die Docks kaufen, ne? Kosten 5000. Dö, 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 dö. Das heißt, erst mal wieder Geld fahren. Okay, vielleicht hätte ich vorher doch erst mal gucken sollten, was es hier eigentlich Neues gibt. So, weißt ihr. Wenn mir das vielleicht nicht passiert hätte, hätten wir die Dockstack kaufen. Können wir das eigentlich, wenn ich jetzt hier ran gehe? Okay, kommt auch noch wieder auf das Ding. Okay, gut. So, hier macht es bum bum. Aber hier wächst auch gut. Warte, schau mal hier rein. Haben wir echt schon? Ich meine, ja, aber ich gucke trotzdem, falls... Ah, hier ist sogar ein Teleporter. Der ist sogar ein Teleporter. Was, wenn ich da durchgehe? Bin ich jetzt hier? Okay. Was ist das? Achso. Au. Au. Oh, man hat sogar jetzt eine Karte. Oh, wie cool. Man hat eine Karte. Jetzt kann ich mir die ganzen Sachen ja entdecken, auch. Ja, jetzt muss man es mal... Jetzt muss man es mal jetzt essen, ja. Krass. Das ist ja an sich richtig cool, dass das nicht geht. Dass ich jetzt die Karten kriegen kann, das finde ich sehr gut. So, äh... So, äh... Gut, Problem ist eigentlich nur, geht es nochmal weg. Ach. Aber was? Hab ich gerade hier was geschossen? Man hat Licht. Oh, wir haben ein Platt produziert, danke. Das ist auch nicht so wenig. Danke, danke, danke. Und, warte. So, bitteschön, das Wasser kriegt hier wieder zurück. So, hier wird nochmal eben gesammelt. Und doof ist es einfach nur, dass die Explosionsfiecher ihren Plot einfach durch die Gegend ballern. Das ist echt ein bisschen doof, weil, äh, ja. So bin ich ja immer dabei, den Hinterherz zu laufen. So. Die sind aber ganz schön gut am Kacken hier. Warte. Ja. Ich seh doch da eins. Oder zwei. So. Gut, vielleicht haben wir jetzt genug Geld. Obwohl, jetzt komm ich ja weniger. Oh, hey, ich will die Docks haben. Ich will die Docks. Die Docks sind neu. Und wir haben jetzt eine schönere Farm. Sieht echt schön aus, muss man sagen. Müssen wir nochmal eingestehen. Oh, ja, die Radioaktiven, die haben gut viel Geld gebracht. So, dann gehen wir hier hin. So. Müssen wir den einen einfach da liegen, weil, falls sie fertig sind, äh, ne. Äh, wir haben mal ein bisschen hier frisch vom Baum. Sollten die Bäume halt verschwinden. Wir haben schon direkt nochmal was zum, äh, nachlegen. Neuer Bau, baub, 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 äh, Zähmungsglocke, okay. Interessant. So, hier können wir nochmal was zum, äh, mitnehmen. So. So. Komm her. Hey, alles meins. Zähmungsglocke, okay. Ich meine, du kannst jetzt auch noch diese, äh, schwarzen Dinger streben, äh, das heißt, jetzt. Gut, so, äh, drei. Hier von mir mal die hier einfach reingeworfen. Hier kriegt von mir die hier. So, und hier kriegt die hier. So. Hm. Wir haben die, die paar, die jetzt hier auf dem Boden liegen, nehmen wir noch mit. Okay, das ist die letzte eigentlich. Na, egal. Ah, wird schon nicht kaputt gehen, oder? Ansonsten muss ja irgendwas im Gegner welche. Besser ist schön, wenn man kriegt ja eh trotzdem immer wieder neue Sachen. So, dann gehen wir bei mir hin. Und zählt ja nicht mal viel Geld. Dann können wir uns die Docks angucken. So, allerdingsens haben wir auch alles geupgradet hier. So, dann bringe ich euch mal hier auf 20. So, so viel kann ich euch auch nicht geben, weil ich müsste das hier auch verteilen. Natürlich. So, ich glaube, ich habe einen Honig-Slaments, habe ich ein bisschen übertrieben. Ich finde, ich habe ein bisschen vollgepackt, eigentlich. Eigentlich, aber hey. Da können wir auch noch Herz rüben. Ich habe auch noch die verfittern können. Ups, habe ich nicht gesehen gehabt. So, ich nehme jetzt auf einmal dieses Platz hier mit. So, ich habe noch sieben Stück, aber ich habe nichts mehr, ne? Ja, die haben nichts mehr, aber dann kriegt ihr Herz rüben mehr. Zack. So, hier müsste ich eigentlich auch mal fertig sein jetzt, oder? Ja. Zack, zack, zack. Ist der Führer auf Trab? So. Bis sie da rausploppen, man. Gut, so. Dann wollen wir, dass die auch so bleiben. So, 30 Stück haben wir. Dann haben wir alle 30 Stück hier rein. Zack, so. Ganz easy going. Dann mache ich mir die hier mit. Dankeschön. Weil die bringen wir momentan Geld ein. So. Dann sollten wir eigentlich genug Geld haben, oder hoffentlich genug Geld haben, dafür, dass wir dann, äh, uns die Docks kaufen können und wir uns die Docks angucken. Ja, das passt zum Geld her schon mal gut. Äh, aber ich gehe trotzdem mal eben schnell hier Geld fahren. So. Wir wollen auch ein bisschen Ressourcen haben, ne? Wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen was Neues kaufen, glaube ich. So. Ja, sorgt hier nicht ein. Komisch. So, gut. Dann haben wir neues Geld. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Mehr Geld, mehr Geld. Jo, money, money, makes me funny. So, ihr seid hier kaputt? Nee. Gut, hier wächst auf jeden Fall was Neues. Gut, 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 gut. Immer schön weiter wachsen. Wachst die Bäusche hinaus. So, guck mal hier. So, hier. Gibt es hier Geld bekommen? Okay, die Bäusche sind noch nichts. Dann können wir einmal die Pingel Slimes nehmen. So, wunderbar. So, so. Guck mal hier. Okay. So. Haben wir nichts? Ach ja, was? Ja. Gibt mir money. Oh, da ist jetzt das gekommen. Egal, egal, egal. Denn... Wir haben ja gut Geld jetzt. So, leider drin halt sammeln. So. Dann, glaube ich, gerade ein bisschen zu schnell. Für das Spiel. So. 6400 haben wir jetzt. Okay, gut. Davon lässt sich auf jeden Fall... The Dogs kaufen. Bin ich schon mal gespannt. So, hier. Ach, jetzt droppt der Wasser. Okay, gut. Ich glaube, ich habe eigentlich so viele verschiedene Sachen. Das hätte mich vielleicht echt beschränkt auf eine Sache, wenn ich eh schon auf... ...so gehe, dass alles gegessen werden kann. Würde ich mir also vermuten. ...so. Hilfe, ich verteile hier... ...Bühner überall. So, da sind noch Früchte. Naja. So. Na, wir haben mal runter hier alles. Hünchen, hünchen, hünchen. Hünchen, 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 hünchen. So. Klopp, 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 klopp. Ich will hier einfach ein... ...zahlen stehen müssen und einfach warten, bis ich hier eingesaugt hatte. So. Keine Hünchen. So. Was ist das hier? Ja, hi. Ich habe diesen Areal selbst angelegt, indem ich Erde aus der Mupps-Ecke beifalte. Okay. Oh. Wer ist Haar? Ja. Was es hier alles plötzlich für Sachen gibt. Welche geilen Nachrichten, ne? So, haben wir irgendwie gehalten die Hühner hier? So, wir hatten mal Hühner. Wie das klingt. Wir hatten mal Hühner. Gib her, du. Vor allem, ey, hier sind ja echt viele Hühner, muss man einfach mal sagen, ne? Krass. So. So. Ja, den kann ich mitnehmen. Bin ich voll. So, ich habe schon wieder Hühner gehört, aber wir gehen wieder zurück. Mann, 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 Mann. So, hier. Auch wieder jede Menge. So, äh, ihr wollt Karotten haben, ihr. Sollt ihr Karotten kriegen. Ihr habt noch. Ihr habt noch. Wunderbar. Ihr habt kaum noch, aber egal. So, passt heute, passt denn so irgendwie hier hin. Wollt ihr das halt auch alles jetzt hier haben, ne? Ihr habt ja Herzrühm bekommen, ne? Genau, ihr habt Herzrühm bekommen. Ihr habt die Dinger. Oh. Oh, weg, ups. Fast für mich vergiftet, so. Uiuiui. Ich hätte hier fast Schaden bekommen. So, ach, guck mal, hallo Platzis. Hilfe. Hilfe. Achso, ich habe den eingesaugt. Ich würde sagen, die wollte ich dann gar nicht einsaugen. Na gut, dann muss ich den einsaugen. So. Ich wollte eigentlich nur die Kacke von ihnen haben. So, überlegen. Ja, du sammelst die Scheiße von Tieren ein. Hier gerade. So. Gut, gebe ich einem hier irgendwie nur Hühner? Bin ich irgendwie gerade im Flair? Ne, eigentlich nicht. Verdammt. Äh, gut. So, bin ich heute mal so auf 25. Circa. Dann haben wir das nämlich auch noch. Oh, passt alles wunderbar. So, dann sammeln wir mal hier ein. Zack. Hier haben wir viele gehabt, ne? Ja. Okay, so viel zu viel. Aber egal, passt schon. Mann, jetzt wäre ich schon mal noch nicht bei den Docks. Dü, 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 dü. Ich habe immer noch meine Hühner. Ich weiß nicht, ob ich meinen Hühner machen soll. So, jetzt haben wir jetzt Geld. Na gut, dann verteilen wir die jetzt einfach mal. Warte mal. Warte, 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 warte. Ach, man kann die jetzt inzwischen einstellen. Cool. Ich hole jetzt einfach mal hier rein. Man kann einstellen, wie viel die kriegen sollen. Achso. Das ist ja cool. So. Natürlich mega cool. Gut, und weil wir jetzt so cool sind, dass wir alles jetzt gemacht haben, und die alle versorgt sind, unsere Tiere. Unsere Tiere, unsere Slimes. So. Können wir jetzt die Docks kaufen. So, das machen wir jetzt. Ich will jetzt endlich die Docks haben. So, und Docks kaufen. Jawohl. Bin schon mal gespannt. Oh, kann ich hier Slimes anlegen. Kann ich auch mit einem Slime-Becken, glaube ich. Direkt. Ist ja cool. Also, für die Warteplots. Das ist schon wieder so eine Nachricht. Die will ich angeblich lesen. Der Blick aufs Meer hat mich wirklich an eine besondere Bestimmung, Beatrix. Allerdings, das Meer. Allerdings können wir... Okay. SH. So. Hier können wir vier Gehege anbauen. Frage ist halt nur, welche Gehege wollen wir. Ich glaube, wir werden die beiden hier als Gehege machen. Das ist ein Silo. Man kann nichts mitnehmen, wenn man... Also, packst du ins Silo. Oh. Es gibt jetzt Silo. Verbringsel. Brauchst du es nicht, verbrenn es. Das ist... Die Silo sind neu. Hey, wir haben ein Silo. Ich will aber ein Silo eher mehr in die Mitte bauen. Obwohl ich hab Bock ist. Ich kann es alles reintun. Ja, wir machen jetzt mal Gehege. Kaufen ein Gehege. Kaufen auch ein Gehege. Und dann kaufen wir hier... Gärten. Und noch einen Garten. Jetzt hatten wir, weil ich ja ein guter Typ bin. Höre Wände. Oh, jetzt hab ich zu viel Geld ausgegeben. Okay. Hehe. Na gut, dann nicht. Okay, dann haben wir jetzt hier noch so einen kleinen Abstecher. Gut, aber ein Silo an sich ist ja schon mal geil. Ich muss jetzt sagen, na gut, hier jetzt hier einen Garten abzuweisen, wäre hier bei mir eigentlich schwachsinnig, weil... Sind ja alle voll abgekürtet. Au, die muss ich, glaube ich, vom Baum pflücken, die Dinger hier. Au. Ups. Na gut, äh, das lassen wir jetzt einfach mal. Wir wollen wissen, wo geht's noch... Na, wo gibt's denn weiter? Vor allem müssen wir jetzt auch Karten aufdecken, hast du, ne? Das gibt's ja auch noch. Hallo hier. So, was haben wir hier? Schauen wir doch mal. Ah, ne, da geht's nach Hause. Okay, da will ich... ...nicht hin. Wenn zu Hause geht, will ich das nicht. Da hinten ist noch eine Nachricht. Kann man wiegst, das schön erkennen. So. Aua. Aua sei, ich will ziehen, die kleinen Fratze. Ich bin immer an diesem Stand gekommen, um nachzudenken. Okay. Ist das jetzt so eine Art, wir verfolgen niemanden? Äh, ist ja eine Spune auf der Insel. So ist das, kann auch sein. So, wir gucken uns hier mal schön noch um. Hoffnung, wenn ich da noch irgendwas übersehen haben. So, wenn die Wann-Tor ist aufgemacht haben. Okay, ist ne Kugel. Ah, die kann ich öffnen. Was krieg ich? Spiraldampf. Oh. Das scheint ja was ganz Besonderes zu sein. Aua. Ich sag einfach schon mal Aua, weil ich weiß, dass die Böse sind. So. Ui, es wirkt nicht Slimes. Das ist auch was. Ich könnte mal Wasser holen, genau. Was haben wir hier? Ich hatte in einem großen, hohen Baum wie diesen hier am Rand meines Grundstücks zurück auf der Erde. Also ist die Menschheit irgendwie von der Erde weg, oder was? Äh. Jetzt kann ich tanken, okay. Ich würde sagen, ich muss mal Wasser tanken. Für meine Slimes. So, danke. So, aber ich muss da irgendwo noch eine Gebietskarte sein, oder? Ich bin jetzt hier. Und da wurde er gegessen. Der wurde eiskalt weggesnackt. Darf ich auch schnappen? Okay. Hier ist seine Todeszone. Geh mal durch. Ab durch die Todeszone. 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 Ab durch die Todeszone. Wofür? Das ist... Ich hab echt viel hier bearbeitet, muss man sagen. Ich bin, ich bin echt beeindruckt. Sie haben echt einiges bearbeitet. Z.B. Woran ich mich jetzt erinnern kann. Ja, da hab ich dir auch die Wege und so weiter gemacht. Und trotzdem, das Geile ist einfach, deine Spielstände sind kompatibel. Das muss man den Entwickler mal groß loben. Das man, obwohl es nämlich an sich so kein allzu großes Spiel ist, nennen wir es mal so. Ja. Äh, könnte man immer seine Sachen benutzen. Also immer seine... Ja, was das komplett aussieht, nennen wir mal, wenn wir jetzt. Wenn ich wüsste, ob wir denen wirklich bei uns dann in das Wasser tun können. Das würde ich gerne wissen. Äh. Man könnte immer seine, seine Spielstände benutzen. Und wenn... Es ist jetzt nicht so alt, so gut, dass der Slime-Manager wirklich sagen kann, dass... Oh, schön, wie ist es dir jetzt hier 50 Millionen Stunden rein? Da findest du dir was schlimm, wenn ich bei so einem Stradio Valley oder so, äh, ne? Nicht weiterkommen kann. Oh, jetzt sind wir hier. Okay, da war das große Slime-Town, genau. Stimmt, hier war ja noch was, ne? Hier war doch was gewesen. Meine ich, da kann man ja nicht durch. Ist das irgendwie durch hier oben oder so gewesen? Aua, armer Slime. Äh. Oh. Oha, hey. Spöse. Wie kann ich die Dinger nochmal aktivieren? Einfach drangehen, okay. Äh. Da ist noch was von Haar. Äh, faszinierend. Ich. Was glaubst du, wer diese alten Ruinen gebaut hat und wofür? Ich bin hier oft hergekommen, um darüber nachzudenken, nachzukribbeln. Nur eins ist sicher. Diese Slimes machten, diese Typen machten Slimes. Ja. Und wir haben doch auch Slimes. Wir fangen sie, wir füttern sie, wir sammeln ihre Scheiße auf. Also wenn das keine Liebe ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Karten werden leichter zu beschaffen. Aber scheinbar nicht. Kann ich jetzt da durch? Da kann ich jetzt durch. Ich glaube, hier ging es weiter, oder? Alter. Oh, wie viele hier haben wir? Oh, 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 cool. Und guck mal, hier gibt es Lichter. Weiß ich, will ich mal mitnehmen hier? Oh, ne, dich nicht. Du bist doch... Oh. Was für ein Troll. So, hier ist auch nichts mehr. Okay. Äh. Ich muss gerade überlegen, was es lang ging. Ich glaube, es ging hier lang, oder? Äh, das ist noch so ein blaues Licht. Das soll ich haben. Ah. Zack. Äh, wo war denn mal die... Oder war das hier, oder? Nee. Eins war da hinten irgendwo. Ah, wir werden es schon finden. Äh. Aber ich glaube, das finden wir dann erstmal in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann kann ich das hier aktivieren. Äh. Ist das hier unten irgendwie was? Ich weiß nicht. Äh. Ja, würde ich sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Denn die Folge ist jetzt schon wieder so lang. Also, haut da rein, Hilfe. Ciao, ciao. 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 Ciao.